Wir haben mehr verdient! Tarifvertrag jetzt! Wir haben mehr verdient! Tarifvertrag jetzt! Die studentischen Hilfskräfte stehen heute vor der bremischen Bürgerschaft, weil sie mehr verdient haben. Sie streiten für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung. Wir, die Linksfraktion, haben dazu einen Dringlichkeitsantrag ins Parlament eingebracht. Wir wollen 12,50 Euro für die studentischen Hilfskräfte jetzt. Das haben sie verdient und dass der Senat in Verhandlungen für einen Tarifvertrag geht. Untertitelung des ZDF, 2020